Kalanta Wollny hat mehrfach schwere Anschuldigungen gegen Silvia Wollny erhoben und angegeben, mit der Adoption von Katalea nicht einverstanden gewesen zu sein. Seit vielen Jahren lebt die kleine Katalea Wollny bei Oma Silvia. Lange rätselten die Fans, wer überhaupt das Sorgerecht für das Kind hat, bis Kalanta Wollny, die eigentliche Mutter der Kleinen, enthüllte, Silvia Wollny habe Püppi adoptiert. Punkt Damit sei sie aber gar nicht einverstanden gewesen. Es ist für mich sehr traurig anzusehen, wie tief ein Teil meiner Familie gesunken ist. Punkt Silvia sagt, sie mache das alles zum Wohl der Kleinen, so eine von vielen Anschuldigungen der 23-Jährigen, die verzweifelt darum kämpft, ihr Kind endlich wiederzusehen. Silvia Wollny hat Katalea adoptiert. Kalanta Wollny hat jetzt keine Rechte mehr. Bin ich irre? Nein, ich wurde krank gemacht, und viele Wollny-Mitglieder versuchen dies jetzt zu vertuschen. So Kalanta beispielsweise am 7. Februar via Instagram. Nachdem Silvia Wollny in einer Stellungnahme behauptet hatte, Kalanta sei in einer Nacht- und Nebelaktion zu Hause ausgezogen. Habe Püppi freiwillig in ihrer Obhut gelassen, weil sie sich der Aufgabe als Mutter nicht gewachsen gefühlt habe, stellt die 23-Jährige klar. Ich war bereit, Mutter zu sein. Nur ließ man mich nicht Mutter sein, ich nehme gerne Tipps an. Punkt Aber wenn man mir vorschreibt, was ich wie alles machen muss und es deswegen immer Streit gibt und man mit dem Kind nicht gemeinsam aus diesem Haushalt ausziehen darf, ohne dass das Jugendamt die Kleine in Gewahrsam genommen hätte, wo hat man mir eine Wahl gelassen? Ich habe es doch noch ein Jahr nach diesem Beschluss noch versucht. Oder bin ich direkt danach ausgezogen? Nein. Punkt Man habe ihr versichert, sie könne ihr Kind trotzdem weiterhin sehen, seit 2021 sei das jedoch nicht der Fall gewesen, trotz intensiver Bemühungen. Punkt Man hat Kalanta jedoch abermals im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram angegeben, sie habe um Kontakt zu ihrem Kind gebettelt. Punkt Obwohl ihre Familie, die sich viel in der Türkei aufhält, kürzlich in Deutschland gewesen sei, habe man ihr nicht ermöglicht, Katalea zu sehen. Konnte Silvia Wollny-Püppi wirklich gegen Kalantas Willen adoptieren? Doch wie konnte Silvia Wollny-Püppi überhaupt adoptieren, wenn Kalanta Wollny und Mason, der Vater des Kindes, das überhaupt nicht wollten? Und welche Rechte hat das Paar jetzt noch in Bezug auf ihre Tochter? Wir haben Informationen darüber zusammengetragen, wie eine Adoption innerhalb der Familie abläuft und wer danach in Bezug auf was das Sagen hat. Adoption, welche Rechte Silvia Wollny und Kalanta Wollny jetzt in Bezug auf Katalea haben? Dabei haben wir herausgefunden, dass die Adoption durch Verwandte in Deutschland ein wenig einfacher abläuft als andere Formen der Adoption. Punkt Trotzdem müssen gewisse Richtlinien und Abläufe streng eingehalten werden. Es ist möglich, dass ein Verwandter ein Familienmitglied rechtlich als eigenes Kind annimmt. Punkt Dieses Verfahren greift insbesondere in Situationen, in denen die leiblichen Eltern des Kindes aus verschiedenen Gründen nicht für es sorgen können. Punkt In Kalanta Wollnys Fall könnten hierbei psychische Probleme eine Rolle gespielt haben. Zuletzt sprach sie unter anderem über eine Depression, gab auch an, unter einer Borderline-Störung zu leiden. Punkt In Kalanta Wollnys Fall Punkt In Kalanta Wollnys Fall Punkt In Kalanta Wollnys Fall